Das ist wieder typisch Menschheit. Kaum geht es hier ums Kotzen, kaum müssten die Jungs hier so eine Scheiße rauchen wie Farmer, dann sind sie alle am Start. Das riecht gerade wie bei mir unter den Armen hier im Raum. So, jetzt nimm mal deine Frage. So Leute. Musik ist immer noch anschreibend. Digga, die ist aus. Die hören doch nur eine Sekunde versetzt. Jetzt hör doch auf, mir das Wort zu fallen. Darf ich anfangen? Ich muss doch erst mal die Begrüßung machen. Ich muss doch nur kurz die Begrüßung machen, wenn du fünf Minuten ruhig bist. Wie soll das so funktionieren? Konzi, halt einfach zwei Minuten deinen Maul. Bitte. Du hast mich sogar angespannt, du ekelhafter. 570 Leute. Du weißt übrigens, dass je länger du hier verzögerst, desto schöner wird dein erster Zug. Das ist so durch, der Junge. Ich glaube, der hat da Kokain rein. Okay. So Leute, wir haben gesagt, bei 20.000 Abos rauchen der Konzi und ich ein Köpfchen Farmer. Ihr seht es hier oben, was ist gerade passiert. Konzi hat richtig Bock. Wir rauchen jetzt das Köpfchen Farmer. Konzi, du hast gesagt, du fängst an. Es sind schon zwei Kohlen oben drinnen. Wir können loslegen. Wie nur ein Zug, oder was? Immer ja nur zwei. Der riecht aber, oi, der riecht aber würzig. Das stinkt auch nichts. Nimm einen Schluck Cola danach. Das ist ein guter Mischung. Ist er noch, ist er warm genug, oder? Ich finde es immer noch nicht schlimm. Ich finde es literally immer noch nicht schlimm. Eiko, wir rauchen weiter. Ich finde es... Leute, das tut mir jetzt richtig leid, weißt du? So eine Stunde Spannungsbogen aufgebaut und so. Ja, das schmeckt nicht nice, aber kann man rauchen. Du kannst jetzt einen Kopf bauen, ich rauche den alleine. Der Durchzug ist so scheiße. Ist egal, es schmeckt gut. Ja, voll. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Todskamel gefressen oder sowas. Irgendwie so irgendwas überfahren wurde. Es tut mir leid, dass ich nicht kotzen muss, aber ey. Ohne scheiß, für mich ist es, als ob ich eine Oliven gegessen habe. Der schmeckt beschissen. So ein bisschen eine gammelige Oliven. Ich feier Farmer. Ich mache den T-Shirt damit. Ich mache den T-Shirt. Also wenn der Durchzug nicht so beschissen wäre, könnte man sogar Ringe machen. Ja, wird noch ein entspanntes Ründchen heute Abend. Beim nächsten Mal müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also, er ist sauer ohne Ende. Du darfst nicht schlucken. Nicht schlucken konntest du, die spucken. Ja. Junge, ich bin nass geschwitzt bis zum Gebiet. Aber ich auch. Ich war so nervös. Ich bin immer noch nervös. Ich auch. Ich auf jeden Fall wahnsinnig gut. Er schmeckt halt auch richtig scheiße. Willst du mal probieren? Ja, aber doch, probier mal. Probier mal. Komm, Regie. Musst du mal aufpassen, der ist bloß mit Gummi gesteckt. Also ein bisschen vorsichtig. Aber der ist echt lecker. Komm, Regie probiert auch mal, Leute. Also der tötet Corona, selbst wenn wir Corona haben. Für die 100 Euro Donation von Kiva. Wo kommst du hin? Jetzt muss ich gerade aufstoßen. Ja, genau. Das wackelt ein bisschen. Okay, Leute. Regie. 600 Zuschauer, Leute. Viel zu krank. Sind es jetzt 600 oder gleich 600? Er ist scheiße. Er ist scheiße. Aber du musst auch nicht kotzen, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Komm, wir geben dir noch eine dritte Kohle oben drauf. Ich finde, und heb mal die Smokebox an und dreh die mal ein Stück. Vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Durchzug aus der guten Pfeife. Also erstmal hebe die Smokebox nochmal kurz an. Dreh sie. Nikolas, vielen, vielen Dank fürs Abo. Hau jetzt nochmal die dritte Kohle oben drauf. Und ein Kohle-Eckchen. Nee, jetzt übertreib' nicht. Wir wollen ja nicht verbrennen. Ich wollte ja nicht verbrennen, ich wollte, dass du Spaß hast. Ja, aber... Ich denke nur an dein Wohl. Wenn er nur verbrennt, brauchen wir ihn in fünf. Du hast ihn mal angehoben und ein Stück geträgt. Der riecht wie in der Pizzeria. Wie beim schlechten Italiener. Wie bei dem 2-Euro-Teil, zu dem du mal gehst. Es tut uns sehr, sehr leid, dass keiner kotzen muss bis jetzt. Vielleicht kommt das ja noch. Oh, das war aber kurz davor. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt zu heiß ist oder ob der ekelhaft geschmeckt hat. Na sehen, das probiere ich jetzt aus. Der konstituiert schon so, als ob du ein 1 zu 1 in den Sarg legen kannst. Der ist zu heiß, ne? Nicht zu ekelhaft, oder? Zieh mal tief, wenn er jetzt schön warm ist. Der ist nicht zu heiß, der entfaltet sein Aroma. Also eben kam es mir hoch. Kommst auf die Huka, ich glaube auch. Eben kam es mir hoch. Ja? Ja, kein Scheiß. Jetzt kriegt man richtig Feuer. Jetzt kriegt man gerade richtig Druck. Ganz entspannt und smooth. Also entweder bin ich einfach Ripp-Ul. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Und du siehst, wie schön um dich die Pfeife ist, egal wo. Stimmt, es drückt aus dem Loch raus, nur nicht oben. Ich glaube, Konsti feiert den, aber gibt es nicht zu. Ja, feiern. Ja, der ist halt ranzig, der schmeckt halt wie mein Schlappen nach dem Marsch, ne? Ja. Also er schmeckt definitiv richtig ekelhaft. Aber ohne Scheiß, ich habe mir richtig in die Hose geschissen davor. Du darfst auf jeden Fall nicht schlucken. Nee, du musst direkt Cola und... Nee, nee, das macht die Aromen kaputt. Achso, Entschuldigung. Können wir jetzt viel weiter für die Frau so lang noch ein bisschen? Ja, bitte, gönn dir. Du, du kannst das Köpfchen auch weiter rauben. Aber mache ich glaube ich auch. Dieser tote Blick dabei. Ja, genau so fühle ich mich gerade. Guck mir die auch nochmal zu. Fahr mal auf Platz 11, ist so. Wann gibt es den 12 Stunden Stream? Es gibt einen 10 Stunden Stream bei 200 Mitgliedern, Leute. Wir haben gesagt, wir rauchen den Kopf tot. Oh Gott, Cola mit Schafskäse. Geil. Also, jetzt mal ein ehrliches Feedback, Leute. Er schmeckt beschissen. Ja. Absolut beschissen. Ja. Dass du davon kotzen musst, nein. Nee, ne? Definitiv nein. Also, egal. Ich meine, schlimmer als bei uns kann es jetzt nicht mehr sein. Wir haben in der fucking Harmony Bowl auf Overpack gebaut. Ja, es tut mir für alle leid. Ich habe mir sogar fast gewünscht, bin ich ehrlich, dass wir kotzen. Ich nicht. Doch, einfach um den Leuten den Gefallen zu tun. Doch, irgendwo habe ich mir gedacht, komm, wenigstens so ein gewisses Würgen oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie es bei Nacht gehen wird. Aber... Ja, als ob da heute Nacht noch was von passiert. Ja, wenn man sich so an den Geschmack zurückerinnert, gibt es ja auch manchmal so Feedback. 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 Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie jeder sagt. Es schmeckt kacke, aber ey, was soll's. Wir rauchen den Kopf jetzt noch ganz locker, easy weg. Gut, locker vom Piss weg. Oh mein Gott. PX1 Mettwurst muss her. Ja, wenn ihr den habt, schickt ihn her. Rauchen wir auch noch. Den rauchen wir dann bei 30k. Den rauchen wir bei 30k, rauchen wir den PX1 Mettwurst mit dem Farmer. Kotzen, wenn nur auf komplett nüchternen Magen, wenn der Nikotinflash kickt.